hallo ich herzlich willkommen ihr lieben bei der neue runde starcraft 2 1 plus 1 gegen ein brotus 1 zvp ich wünsche euch natürlich allen noch ein wunderschönes neues jahr 2019 ich hoffe ihr seid alle gut reingerutscht und habt nicht so viel getrunken bei mir geht es noch ein bisschen bin er leicht müde nehmen auch das direkt jetzt für euch im neuen jahr auf die erste folge für das neue jahr so dann geht es mal los gut lache fahren er fahne 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 ok können dann kennen wir schon so was kommen wobei bei brotus muss das ja nicht immer der fall sein aber immer öfters so brotus wir spielen einfach mal den link verseucher wir probieren vielleicht klappt das ja mal gucken wie effektiv das theoretisch ohne fange nur mit den verseuchten marines scouten hier hinten aber ab weil da kommt die sonde auf jeden fall gucken was er machen will wir werden angegriffen geben wir gucken weiter hier steht nichts da kann ich noch mal gucken ich erzähle dann ziehen wir dich mal mit hoch wenn du das möchtest na er möchte das nein er möchte es nicht okay er bleibt jetzt eine drohne pool gleich fertig double queen kommt dann noch ein bisschen rum schicken so bauen erste queen dann nehmen wir mal das upgrade für die linke und er macht von dicht alles schick dann müsste ich theoretisch die dritte exe nehmen oder schon einmal wollen wir bauen nur mit einer anbaards Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Weitere Weiter. Nehmen Bailing-Nester zu. Brauchen weitere Linke. Overlords vergessen, Overlords nachbauen. Nehmen wir hierbei die dritte. Okay, Schild-Batteries, Sentries. Er möchte sich einbauen. Wir brauchen hier drüben noch einen Overlord. Gucken wir mal, ob wir da irgendwo durchkommen. Am besten durch die Mitte. Wir brauchen mehr Mineralien. Und wenn nicht, dann mit Neidus. Gucken wir mal, was passiert. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. So, das ist mal weg hier. Diesel-Batterie weg. Immortal Sin okay, dafür habe ich die Linke da. Das ist sehr schön, dass jetzt mal hier hingeht. Bailing hier mit rein. Das ist sehr schön. Sammeln uns nochmal, machen nochmal ein paar Injects, nehmen den Naidus, bauen noch ein Hier injecten, dann gehen wir kurz zurück zum Naidus, alle war halt schon toll für ihn, da musst du ordentlich verteidigen, es könnten halt die Tees kommen, das wäre die Möglichkeit, wogegen ich noch nichts hab So, wir bauen Naidus Alle hier rein bitte, danke So, Drones killen ist immer gut Etliche Drohns gegangen Und wir ziehen uns zurück Und jetzt kommen wir alle raus Das wollen wir natürlich nicht zulassen und sagen, GG, das haben wir schön gewonnen Also was hier ist schön, also wir haben es gewonnen Haben wir ein bisschen Druck aufgebaut, das war anscheinend zu viel Werter Armee, da war ich Vorne Apparate Ressourcen Da war er halt vorne, aber wie gesagt, der konnte halt den Push da nicht halten Aber ich sage, sehen wir uns in der nächsten Folge, bis dahin, tschüssi, auch ab Dann können wir uns hier wieder aufgebaut, bis dahin, Lectio Und da können wir uns halt dann trotzdem gehen, bis dahin, bis dahin, bis dahin, bis dahin